Ich stehe hier mit meinem MG4 an einem Tesla Supercharger, sogar an den neuen V4 Superchargern. Der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, was macht er mit seinem MG4 hier bei Tesla? Will er damit laden oder was? Ja, möchte ich. Es ist noch nicht jedem bewusst, aber es ist auch mittlerweile möglich, mit Fremdmarken, also mit anderen Autos als mit Teslas, an Tesla Superchargern zu laden. Es ist auch gar nicht kompliziert. Man benötigt dazu lediglich die Tesla-App. Ich werde euch in diesem Video einmal zeigen, was man tun muss, um mit einem Nicht-Tesla-Fahrzeug an einem Tesla Supercharger zu laden. Dazu steige ich jetzt einmal ins Auto ein und zeige es euch. Lasst uns loslegen. Dieses Video wird euch präsentiert von Shop4Tesla. Auf shop4Tesla.com bekommt ihr jede Menge Zubehör für euren Tesla. Einfach mal auf die Website schauen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Rabattcode SMART2DRIVE, mit dem ihr 5% Rabatt auf jede eurer Bestellung bekommt. Viel Spaß beim Shoppen. Leute, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal SMART2DRIVE. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich stehe hier am Tesla Supercharger, aber nicht mit meinem Tesla Model Y diesmal, sondern mit unserem MG4 Electric. Das ist unser kleines Stadtauto, mit dem wir sonst meistens die kürzeren Strecken erledigen. Den MG4 laden wir auch meistens nicht auswärts an Schnellladesäulen, aber in diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Natürlich kennen wir alle die NBW-App oder die Meingau-App oder Shell Recharge oder jetzt auch Electroverse. Mit diesen Apps kann man dann verschiedene Ladestationen ansteuern, die man in der Stadt oder auf der Autobahn findet. Sowohl die langsamen als auch die Schnellladesäulen. Aber bei Tesla Superchargern ist es ja meistens so, dass man nur Tesla-Fahrzeuge sieht. Tesla hat aber schon vor einiger Zeit die meisten Supercharger für alle Fabrikate eröffnet. Das heißt, man kann ganz normal mit der Tesla Smartphone-App jedes andere Auto ebenfalls aufladen. Ich werde jetzt einmal die Smartphone-App bei mir öffnen. Ich werde mich mit meinem Tesla-Account ausloggen. Wir gehen einmal Schritt für Schritt durch, was man denn tun muss, wenn man jetzt komplett als Neuling hier bei Tesla startet. Also ich werde die App quasi zurücksetzen und wir werden uns einmal registrieren. Und dann anschließend möchte ich mit euch gemeinsam den Ladevorgang starten, sodass ihr seht, wie das funktioniert. Es ist eigentlich nicht komplizierter als mit allen anderen Lade-Apps, die man so kennt auf dem Markt. Von daher würde ich sagen, wir legen direkt los. Bevor wir das machen, lasst mir gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Damit unterstützt ihr meinen Kanal und ihr werdet immer in Zukunft informiert, wenn es weitere Videos gibt. Ein Abo auf YouTube kostet übrigens nichts. Manche denken vielleicht, dass so ein Abo was kosten kann. Nein, das ist lediglich nur dafür da, dass man informiert wird, wenn es neue Videos gibt von uns. Okay, legen wir los. Als allererstes benötigt ihr selbstverständlich die Tesla-Smartphone-App. Die bekommt ihr in jedem iOS-Store oder auch in jedem Google Play Store. Ich öffne einmal hier bei mir die Tesla-App und dann gehen wir gemeinsam durch, was wir jetzt machen müssen, um uns neu zu registrieren. So, wir gehen hier einmal in die Startmaske. Man muss sich jetzt entweder einloggen, indem man auf Anmelden geht. Wenn man noch keinen Account hat, muss man selbstverständlich einen erstellen. Ich mache auch unten so Zeitstempel rein. Da könnt ihr direkt überspringen, also wenn ihr einen Account habt, dann könnt ihr direkt hier weiterscrollen. Ansonsten gehen wir jetzt hier auf Konto erstellen. Und jetzt müssen wir mal schauen, was wir alles eingeben müssen. Zunächst wählen wir die Region. Hier natürlich Deutschland. In diesem Fall, wenn ihr natürlich nicht aus Deutschland seid, wählt ihr euer Land aus. Dann die Sprache. Dann selbstverständlich Name und Nachname. Hier gebe ich einfach mal meinen Namen an. Und dann müssen wir unten den Code einmal abschreiben. B, W, S, Q, E in meinem Fall. Und auf Weiter gehen. Jetzt müssen wir eine E-Mail-Adresse und ein Passwort vergeben. Ich vergebe jetzt hier einmal meine E-Mail-Adresse. Dann ein Passwort. Dieses müssen wir einmal bestätigen. Und dann können wir unten auf Konto erstellen gehen. Das war es auch schon. So schaut jetzt die Tesla-App aus, wenn man sich hier drin durchnavigiert. Man kann jetzt hier direkt einen Tesla bestellen oder halt über Testfahrt buchen, eine Probefahrt vereinbaren oder über den Tesla-Shop etwas einkaufen. Aber das wollen wir jetzt in dem Video nicht machen. Sondern laden Sie Ihr Nicht-Tesla-Fahrzeug auf. Das ist das, was wir ja eben suchen. Laden Sie zu Hause. Brauchen wir nicht. Ziel eingeben brauchen wir auch nicht. Man könnte jetzt hier die Navigation noch nutzen. Ansonsten gehen wir jetzt hier, laden Sie Ihr Nicht-Tesla-Fahrzeug auf. Da klicken wir einfach mal drauf. So, jetzt sehen wir schon, ich stehe hier am Supercharger in Fürth-Rundhof. Es sind noch sieben von acht Ladestationen verfügbar, wie wir eben sehen können. Nun wähle ich einmal diese Ladestation aus. Ich sehe auch hier schon direkt, was sie kostet. Wir sehen auch die Ladegeschwindigkeit. Wir sehen die Blockiergebühren. Wir sehen jetzt auch, dass bei Tesla die Preise auch zeitabhängig sind. Das bedeutet, wir sind jetzt noch nicht in der Zeit, in der die Supercharger am meisten ausgelastet sind. Von daher würden wir jetzt 58 Cent zahlen oder dann später 65 Cent ab 16 Uhr. Wir befinden uns jetzt eben hier, weil wir 10 Uhr morgens haben. So, jetzt könnte ich hier direkt auf 4 aufladen gehen. Das machen wir jetzt einmal. Nun möchte Tesla aber wissen, wo wir uns befinden, welche Ladesäule wir hier nutzen möchten und welche wir jetzt einstecken möchten. Dazu werden wir jetzt einmal nochmal gemeinsam rausschauen, einmal nachsehen, welche Ladesäule denn das bei uns auch ist. An der Ladesäule befindet sich hier die Nummer 2C. Diese steht meistens unten, zumindest bei den neuen V4 Superchargern. Also geben wir jetzt in der App 2C an. So, dann suchen wir einfach mal 2C. Das ist jetzt hier bei uns die vorletzte Ladesäule und gehen direkt auf Beginnen. Nun schreibt Tesla, prüfen Sie die Kompatibilität. Manche Nicht-Tesla-Fahrzeuge können das Netz unter Umständen nicht nutzen. Davon gehe ich jetzt mal hier bei unserem MG4 nicht aus. Man kann aber hier auf weitere Informationen drücken, wenn man noch mehr darüber lesen möchte. Und fügen Sie Ihre EN hinzu. Was auch immer das bedeutet. Das bedeutet wahrscheinlich in dem Fall, fügen Sie Ihre Zahlungsdaten hinzu. Schreiben wir einfach nur einen Fehler. Wir gehen jetzt unten auf Zahlungsmethode hinzufügen. Und nun können wir entscheiden, möchten wir eine Kreditkarte hinzufügen, SEPA hinzufügen oder eine Ladekarte. Der einfachste Weg ist eigentlich, wenn man seine Bankverbindung bei SEPA angibt oder halt eben eine Kreditkarte. Je nachdem, was man halt hat oder mit was man eben laden möchte. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf SEPA hinzufügen. Nun müssen wir lediglich den Kontoinhaber und die IBAN-Nummer eingeben, dann das Häkchen setzen und dann auf Speichern gehen. Damit würde man Tesla ermächtigen, vom Girokonto eben den Betrag, den man für den Ladevorgang eben benutzt, auch vom Konto einzuziehen. So, ich fülle einmal meine Kontodaten aus. Zahlungsmethode aktualisiert, wird hier schon direkt hingeschrieben. So, die Bankverbindung ist jetzt hinterlegt. Jetzt müsste einfach der Ladevorgang starten können. Vorher müssen wir aber noch unsere Adresse angeben. Das wäre dann quasi die Rechnungsadresse. Wenn wir geschäftlich unterwegs sind und auch eine Rechnung möchten, dann müssen wir hier auf Business gehen, unsere Umsatzsteuer-ID-Nummer und die Adresse eingeben. In dem Fall wäre es jetzt bei mir privat. Also gebe ich jetzt hier einfach nochmal die Adresse ein, statt Postleitzahl und gehe dann unten auf Senden. So, Rechnungsadresse aktualisiert, wird hier bereits hingeschrieben. So schaut es jetzt in der Maske aus. Nochmal zum letzten Abschluss. Wir sehen jetzt, dass es 58 Cent für die Kilowattstunde kosten soll. Wir haben hier die Säulennummer 2C ausgewählt und gehen jetzt auf Ladevorgang starten. Zum Starten einstecken. Nach dem Einstecken kann es bis zu zwei Minuten dauern, bis der Ladevorgang beginnt. Das machen wir jetzt einmal. Dazu öffne ich jetzt hier einmal meine Ladeklappe. Wir brauchen hier den CCS-Stecker. Das heißt, falls ihr auch so ein Stopfen oder irgendetwas Ähnliches habt, rausziehen. Wir benötigen hier beide Anschlüsse jetzt. Dann ziehen wir hier aus der Ladesäule den Tesla CCS-Stecker raus und stecken ihn in unser Fahrzeug rein. So, das ist es schon gewesen. Schauen wir ins Auto rein. So, der Ladevorgang startet. Das hat jetzt in etwa vielleicht zehn Sekunden gedauert. Wir sehen jetzt hier die zugeführte Energie. Wir sehen unseren aktuellen Akkustand. Wir haben gerade 69 Prozent hier im Akku. Und wir sehen die Ladegeschwindigkeit. Der baut gerade auf mit 33 kW Ladegeschwindigkeit. Laderate heißt es hier. Und links würde ich sogar die Gesamtkosten sehen. Und unten könnte ich den Ladevorgang wieder stoppen. Schauen wir uns das Ganze nochmal im Auto an. Wir sehen jetzt hier die Ladegeschwindigkeit. 34 kW. Das ist auch, was die App eben angezeigt hat. Der Akku ist noch ziemlich kalt, weil ich gerade erst rausgefahren bin und es außen nicht sehr warm ist. Aber der Ladevorgang hat gestartet. Wunderbar. So soll es sein. Ich denke, zu Demonstrationszwecken reicht es uns erstmal. Ich stoppe jetzt den Ladevorgang, indem ich auf Ladevorgang stoppen gehe. Denn ich möchte hier mein Auto sowieso nicht weiter aufladen. Ladevorgang gestoppt. Um die Sitzung zu beenden und Blockiergebühr zu vermeiden, ziehen Sie den Stecker und bewegen Sie Ihr Fahrzeug. Perfekt. Okay. Das Ganze können wir jetzt quittieren. So, und wir sind jetzt wieder im Hauptmenü der App. Alles wie gehabt. Ihr seht also, es ist wirklich einfach, die Tesla Supercharger auch zu nutzen, wenn man keinen Tesla fährt. Ich finde es eine gute Aktion von Tesla, dass Tesla jetzt sein Ladenetzwerk für andere Fahrzeuge mit eröffnet hat. Es ist auch wirklich wichtig, um die E-Mobilität voranzutreiben. Wir haben ja wirklich ein super ausgebautes Tesla Supercharger-Netzwerk, gerade auch auf den Autobahnen. Und da ist es wirklich eine tolle Sache, wenn man diese auch mitnutzen kann. Ich finde auch den Preis vernünftig. Also für andere Ladestationen von EnBW oder anderen Anbietern zahlt man meistens nicht weniger als hier bei Tesla. Natürlich zahlt man als Tesla-Fahrer auch weniger. Klar, Tesla bevorzugt seine eigenen Kunden natürlich mehr. Aber dennoch ist es eine schöne Sache, dass man es eben mitnutzen kann. Nochmal kurz zusammengefasst. Tesla App herunterladen, registrieren, Säulennummer auswählen an der Ladestation, die man hier im Navi angezeigt bekommt, dann in der App. Und halt am Ende einfach noch die Zahlungsdaten hinterlegen. Das muss man natürlich alles einmal machen, auch die Adresse. Das bleibt jetzt alles gespeichert. Wenn man jetzt in der App eingeloggt ist, kann man jederzeit an eine Ladestation fahren, muss das alles natürlich nicht mehr eingeben und kann direkt den Ladevorgang beginnen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die kleine Glocke. Schaut wie immer gerne unten in die Videobeschreibung. Ich habe hier jede Menge Links für euch und nützliche weiterführende Videos. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.